Startposition. Schlägerkopf nach oben und bewege dich vor dem Schlag. Split-Step. Lande auf den Fußbein im Moment des gegnerischen Schlages. Bewege dich zum Ball. Letzter großer Schritt mit links nach vorne Richtung Ball. Treffpunkt. Vorhand ausgeschlossener Fußstellung. Linker Fuß vor dem rechten, Knie nahezu gestreckt. Endposition. Das Gewicht ist auf dem linken Fuß. Knie stark beugen beim Schritt nach vorne. Beim Schlag die Knie strecken. Trainingsaufgabe. Spiele 10 Vorhände hintereinander und zähle deine Treffer ins Feld. Erhöhe deine Schlaggeschwindigkeit ohne die Anzahl der Fehler zu erhöhen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.